...weilen! Ah! 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 Los! Beide ihn aus der Decke! Die Zeit ist gekommen! Ah! Diese Löcher haben mir noch ein Wunder offenbart, obwohl ich erst noch sehen muss, wozu es gut sein kann. Es handelt sich um eine Kombination aus Mensch und Maschine, die sozusagen das Beste aus zwei Welten vereint. Es kommt so schnell! Oh, das geht jetzt! Oh! Oh, das wird viel flachen! Echt? Oh! Oh! Oh, das guerra! Oh! Ah! Oh! 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 So weit, noch! Hier, Punition! Sorry, mehr hab ich nicht. Wir müssen da rein! Komm, Booker, wir müssen was tun! Heb mich hoch! Geh zum Fenster und lenk Daisy an! Los! Das ist es? Das ist deine Bewegung, Daisy? Es muss sein. Wisst ihr, die Gründer sind wie Unkraut. Schneidet man es ab, wächst es einfach wieder nach. Wenn man Unkraut loswerden will, muss man es mit der Wurzel ausreißen. Nur so ist man geschehen. Elisabeth. Liegt wohl in der Familie. Elisabeth. Wow, wow, hey, hey, sagte. Ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie das ist. Okay, ich kenne das. Ein Jahr und der Schmerzzeit. Hier wird sie. Elisabeth. Sie hatten nur das. Hör zu. Wie machst du das? Wie mache ich was? Vergessen. Wie wirst du all das wieder los, was du getan hast? Gar nicht. Man lernt eben, damit zu leben. Also, der Moment der Wahrheit. New York oder Paris? Nein, 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 nein. Scheiße. Los, wir müssen zusehen, dass das Ding irgendwie schneller wird. Irgendeine Art Gashebel oder Beschleuniger geben. Weißt du, wie das Ding aussieht? Keine Ahnung. Hilf mir suchen. Das ist es nicht. Doch, bestimmt. Nein, doch, nein, doch. Versuch's noch mal. Okay, warte. Bitte sehr. Bucke. Wir müssen sie stoppen. Nein, das ist das Ehe. Nein, das ist es bestimmt. Nein, ist es nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Noch einmal. Nein, versuch's du. Gut. Aufhören. Hört auf, ihr wisst nicht, was ihr tut. Na also. Nein, jetzt habt ihr's geschafft. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Die Noten waren korrekt. Das Instrument aber nicht. Beides muss stimmen, damit er reagiert. Aber wenn man es ihm vorsingen kann. Bringt er einen hin, wo man hin muss. Wer seid ihr? Wir sind da, wo wir gebraucht werden. Und werden gebraucht, wo wir sind. Comstock benutzt also diese Songs. Gibt es noch weitere? Einen, der uns Songbird vom Hals hält? Vielleicht sollten Sie den Maestro selbst fragen. Und wo ist er? Natürlich. Wenigstens ist das Piano noch da. Bucca, das ist Comstock Haus. Dort sollten wir anfangen zu suchen. Wo wollen diese Leute hin? Dort hin, wo es keine Vox-Populi gibt. Mach die Augen zu uns springen! Du schaffst es! Bitte zähl mir wieder zu fassen! Du schaffst das! Spring schon! Ich schaffe es! Ich hasse dich! Ich tut mir leid! Ich liebe dich! Aber ich hasse dich! Ich tut mir leid! Sie müssen ihre Haare zurücklassen! Er fütterte mich. Brachte mir Bücher. Er war... mein Freund. Freund? Bis ich größer wurde. Dann hasste ich ihn. Weil er mein Wärter war. Aber er ist nur Comstocks Geschöpf. Genau wie ich. Bitteschön! Kannst du das knacken? Echt? Dieses olle Schloss? Ich weiß jetzt, wer die beiden sind. Die beiden, zumindest sie, erfand die Technologie, durch die diese Stadt schwebt. Riesenbalance. Quantenpartikel, die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Also, nicht Riesenbalance? Aber in meinen Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte, ja, sie kommen. Das stimmt nicht. Gut. Ich wollte sagen, dass sie kommen. Hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ist das korrekt? Etwas sagt mir die Sünden nicht. Nicht das, was sie zu sein scheinen. Ich wollte gesagt haben, dass sie kommen. Nein. Der Subjuntiv? Das ist kein Subjuntiv. Ich glaube, die Syntax ist noch nicht erfunden. Zu haben, gehabt, haben, sein. Zu haben, gehabt, haben, sein? Das stimmt doch nie. Die scheinen helfen zu wollen. Die scheinen sie nicht alle zu haben. Seltsam. Was denn? Der Fakt, dass wir oft... Den Satz des anderen beenden? Ganz genau. Umgekehrt wär's seltsamer. Was denkst du, wie die das machen? Dazu komm ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert hab. Komm, Comstock Haus ist da vorn. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen. Ich sollte ihm nachfolgen, oder? Comstock? Ja, ich denke schon. Was sperrt er mich denn ein? Tja, ich schätze, du wolltest nicht aufgebaut werden. Tanz mit dem Mann! Los. Hier. Auf das Bein! Stürz! Okay, fange! Prima! Prima! Scheiße, wie sieht's aus? Ich stelle zu, dass ich noch was finde. Oh, auf! Oh! Au! Der Knoll ist ein Knoll. Sieh mal, die Wuchs nehmen hier alles auseinander. Du stürfst durch meine Hand! Und das Schwein! Schweine müssen sterben! Na dann! Okay! Ich hätte hier Salze! Stille Schein! Ich seh ihn! Feuer fliegt aus der Hand! Herrf. Beleihung. Freiwillige Wunder! Ab- Block fix! ược. Es kann man nicht genug haben. Schau! 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 Auf! Schau! Press to generate a magnetic shield, hold to absorb damage and release to throw it back, hold and release to create an explosive trap. Yeah, yeah, man for- Fuck you! Hier ist etwas Geld! Hier! Na, das soll doch! Hier ist es! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF für funk, 2017